Verpiss dich mal, Alter! Ich hab eine Tröschelampe da an! Wie hinter mir her schlappt, wie so ein Rentner, der die Toilette sucht. Oh! Oh Gott, war der gerade nah! Geht's hier zu gut, Foxy? Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu Ignited Freddy Foxy Pizza. Los geht's! Fünf Objects müssen wir wieder... Oh, das geht aber ganz schön schnell. Oh, ja. Ja, aber... Fuck! Was? Fick dich doch! Schnell! Ich hab gedacht, kriegst du mich nicht, ne? Oh, fuck. Okay, warum liegt hier nix? Ah, nein! Nein, oh, oh, fuck! Ich dachte, ich kann von dem wegrennen, so wie sonst auch. Ach, du Scheiße! Okay, okay, einfach cool bleiben. Schnell. Schnell sein. Nein! Er rennt schon! Mann, ich erschrecke jedes Mal so, weil der von hinten ist scheiße. Es ist kacke, wenn der plötzlich von hinten angebottet kommt. Oh! Hä? Ich kann anleuchten, dann wird er blind kurz. Okay. Licht! Schnell! Ja! Hast du gedacht, du kannst mich erschrecken, ne? Aber nicht mit mir, Alter. Ah! Tja! Ich hatte nämlich ne kleine Funzel in der Hand. Boom! Oh, fuck. Bitte, sei kurz ge... Nein! Leuchtet ist das Level schwer. Das Geräusch, wenn er losbottet. Bam, bitch! Get out my fucking way, dude! I got psyched. Ha! Tja, ich hatte nämlich immer noch meine Taschenlampe in Hand, bitch. Ha! Zwei noch! Wir schaffen das. Ja! Nein, nur das ist scheißlich. Oh! Oh Gott, war der gerade nah! Ton, ich finde nichts. Das ist alles so eklig blau hier. Ich kann das gar nicht gesehen. Jetzt habe ich es drauf. Fuck! Ich habe den Lautaren! Ich habe meine Taschenlampe auch gemacht, hallo? Geht's dir zu gut, Foxy? Ah, Pilo! Hier ist nichts zum Aufheben. Verpiss dich mal, Alter! Ah! Snitch, my fuck! So hell muss der Scheiß leuchten. Oh nein! Ah! Also so eine Sackgasse anzutreffen ist schon... Ah! Oh Gott, ich dachte, er kickt mich gar nicht. Ich war voll überzeugt, dass er mich nicht bekommt. Ich war gerade richtig erschüttert. Ach nee, schon wird die Sackgasse. Moment. Oh! Ah! Ich dachte, er sieht mich nicht. Lights on! Geh hinter mir her, schlapp. Wie so ein Rentner, der die Toilette sucht und sie einfach nicht findet. Mancher fängt da einfach an zu rennen. Ohne dass er mich... Also der sieht mich nie im Leben. Und er fängt an zu botten wie im Spaß. Ich glaube, manchmal hat das einfach im Urin, dass ich da bin. So, jetzt komm mal ran. Eins gegen eins, treff dich. Meine Taschenlampe brennt dir auf. Fuck! Okay, jetzt aber auch. Eins gegen eins, treff... Ah! Fuck, fuck, fuck! Kannst du direkt aufgeben, Pussy. Gut, ich gehe einmal hinten rum. Ach komm! Oh Gott! Das war diese scheiß Sackgasse. Jedes Mal fickt sie mich. Ist das hier der Mittelraum? Ja. Okay, hier ist die scheiß Sackgasse, ne? Oh Gott, in der Sackgasse ist was. Wartet. Ah! Du willst mich doch so krass verarschen, Junge! Ich muss in die Sackgasse gucken, weil da ja was sein könnte. Und eben war auch was drin. Dieses Gekreiche jedes Mal. Jetzt kreiche ich ihn einfach auf. Verstehst du? Jetzt drehen wir mal, du spielst mal rum, mein Sohn! Halt! Ist was. Okay. Ich dachte, ich wäre in der Sackgasse. Scheiße, ich habe die Orientierung komplett verloren. Jetzt müssen wir ein bisschen mit Verstand dran, dann schaffe ich das. Hier hinten rein einmal. So, kurz gucken, ist hier was? Gut, gut, gut. Ja. Nee, ist nichts. Oh nein, hier ist gar nichts. Das ist jetzt bitter. Da ist was. Oh! Okay. Ich habe die Sackgasse jetzt direkt abgecheckt. Sehr gut, sehr gut. Oh! Scheiße! Verpiss dich! Letzter Versuch. Ich will das jetzt haben. Gut, gut. Freut mich, freut mich. Scheiße, jetzt nichts. Sehr blöd. Sehr blöd. Das ist schlecht. Aber ich habe mir jetzt immerhin eingeprägt, wo... Das... Gut, ja gut. Ähm, ne? Man kann mir auch direkt den Kopf abreißen. So kann man mein Leiden verkürzen. Gut, eigentlich hängt es hier, das Poster. Es hängt aber gerade nicht hier. Shit, shit, shit. Wieder voll verlaufen. Drei fehlen mir noch. Ich muss wieder in den Hauptraum kommen. Gut, kurz... Nein! Hier ist was. Gott. Ich bin in dem Scheiß viel... Ja. Okay, da ist nichts. Scheinbar ist da nichts. Cool bleiben, cool bleiben. Hier muss jetzt gleich irgendwas sein. Ja! Okay. Hier muss eigentlich das Letzte sein. Auf! Gut, 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 gut. Komm, das Letzte... Ja! Ha! Du Pisser! Fass mich hoch, komm her! Kinder, Daumen nach oben und alle, die an mich geglaubt haben. Und alle, die nicht an mich geglaubt haben, trotzdem Daumen nach oben, weil ich hab's ja trotzdem geschafft. Wie wir ihn gebumst haben! Ich hab's ja trotzdem geschafft.